um es ist nicht immer so die kommen also hinter rückschweißen wirst du kennengelernt heißt auch ganz genau hast du noch genügend holz bei dir in einer truhe wieso wird so ich brauche stikis hier ach für diese zäune dort noch hinten hoch wer das Haus ist auch noch nicht das beste ne nö ich meine das Haus ist jetzt erstmal Nebensache da mich ist eigentlich immer wichtig dass die Wege immer gut sind was ich meine wird schon wieder dunkel voll schnell so so dann gehe ich gleich mal ach er wollte ein bisschen angeln wollte ich ja so ich bin ein Farmer gebrochen ich bin ein Farmer gebrochen auf dem Land und mit nein Leute weil sie euch die Frage stellt habe ich was gegen Farmer oder Bauern nein ich hatte nur mal damals einen in der Schule den haben wir immer geärgert beziehungsweise immer aufgezogen mit seinem Bauer fand er manchmal nicht so witzig kann man ja auch stehen oder Kuhn und das kann man doch nicht genau So Oh ein Fisch Oh! ein Fisch! hihihihi hihihi Iron was haben wir hier? nichts ein Jahr mal kuppelt Barth Park gut Schweine Filet gekocht ja brauchst du es 9 ich bin gerade mal eiskaltig und fische okay das ist ja mal er hat sich zum Moment ab die Fallen so heihe kommt mal schlafen im Moment So You can only sleep at night Oh, guck mal da flitzt ein Enderman Da ist er weg Mal gucken, was meine Ernte so macht Meine Ernte, vor allem meine Ernte Ja, gesagt, mein Gesätes So Hihihi Tak Tak, tak So Da höre ich doch ein Creeper Äh, Zombie meine ich Die ist mir jetzt egal So Holz, 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 Holz Wollen wir dieses Ganze hier vorne alles abholzen Und dann alles hinterm Dschungel lassen So dass man, wie hier vorne vielleicht so ganz eine gerade Ebene haben, wo wir schön bauen können Ja, ich wollte eigentlich hier hochbauen für das, äh Für unser System Ach so, und dann hier runter, oder? Genau, darunter das Wasser, ja dann sozusagen Aber wir brauchen auf jeden Fall mal sticky pistens Was ist das denn da für komisches, schwarzes Holz? Wie bitte? Hier ist schwarzes Holz Was heißt schwarzes Holz? Ist das bei dir nicht schwarz? Ich dachte, du hast das selber Textgepäck wie ich Ich sehe hier kein schwarzes Holz Doch da, guck Hier, das ist schwarz Komplett schwarz Ja, außenrum so schwarz Hm, bei mir nicht Selbst bei mir im Dingens ist das schwarz Guck doch mal hier Das hat die, genau dasselbe Text Die, genau die selbe Textur Wie beim anderen davor Nee, fand ich jetzt, finde ich jetzt irgendwie Nicht, aber Das hat für mich nämlich nichts mehr mit Holz zu tun, irgendwie Dann ist das vielleicht nicht richtig installiert Nee, ich meine, du kannst auch hier die Farm bauen Hier machst du so schön, drei breit Vier Nee, ich will ja so ein Wassersystem, das von oben Wasser runterkommt und dann alles geerntet wird Automatisch Dann musst du hier aber noch ein ganzes Stück abbauen, ne? An Erde und so Ja, klar Hast du noch die Schaufel? Die ist kaputt Dann muss ich mir eben eine machen Warum hast du hier Zähne komplett? Lass doch ohne Zähne Die, wie die Botstar, weißt du? Macht doch nichts, wenn Licht ist, ist das ja eigentlich egal Weil wir können, so können wir leichter weg, als wenn wir Ja, so müssen wir nicht direkt immer nach Hause, weißt du? Und direkt immer schlafen, so können wir eben erst noch auf dem Weg bleiben Hä? Ja, wir können auch so, noch müssen auch so nicht direkt schlafen Dann müssen wir halt ein bisschen aufpassen Ja, das ist doof Und wir haben Rüstung, passiert schon nichts Trotzdem Der böse Enderman hat einen Grasblock geklaut Böser, böser Enderman Hallo Hallo Und ich ange will noch ein bisschen, damit wir noch vorsichtshalber noch was auf Reserve haben Was willst du machen? Ich hab noch geangelt, so dass wir ein paar Fische auf Reserve haben Hä? Das hier ist ganz anderes Holz Wooden Planks? Wooden Planks? Hä? Hä? Wieso ist das denn? Das Holz jetzt... Das hier sind keine normale Wooden Planks! Ne, sind es auch nicht! Das hier sind jetzt die Wooden Planks in Dunkel Es gibt jetzt pro Holz zum Beispiel das Weiße, sprich die Birke, droppt jetzt helleres Holz als das Und das ist immer unterschiedlich Ach toll Wieso? 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 Egal so lange man nach Ross Dickies kriegt Richtig, Mann. Hm, hab ich gemerkt. Tuck, tack. Und tack, tack. Okay, ich bau da die Farben hin, wo du gesagt hast. Sein Vorhörner? Ja, es ist auf jeden Fall man nicht so viel extrem aufwand. Aber... ...hat wird schon was. Oh, das sind die Schaffung. Da, da, da. Ja, was hat ich jetzt auch genommen? und diesen großen und holzen eine muskete eine muskete mit mach ich auch in jede zweite reihe noch diesem loch wir haben so einen streifen ganz einfach jeder zweite kommt ein wasser rein es reicht alle fünf Felder ja aber so ist es effizienter nein doch alle fünf Felder so und ich muss ja noch daher gehen können verstehst du wie ich meine ich muss ohne dass ich irgendwie was kaputt mache daher gehen können so wenn du jetzt hier diesen streifen fünf und dann eins, zwei, drei, vier, fünf sprich von denen dann ist das der fünfte du kommst von hier bis auf den mittleren Block dann machst du hier einen Wassersteg kommst du wieder bis auf den mittleren Block nein aber guck mal dann komm ich ja da hinten nicht hin dann kann ich da hinten nicht abernten und daher gehen und die Sachen einsammeln das funktioniert dann nicht dann gehst du von hier auf diese Seite weiter ich will ja hier in der Mitte hier will ich nicht in der Mitte einen Stone Slap machen oder von mir aus einen Boden Slap ist mir scheißegal und da will ich dann immer hergehen können ja das reicht wenn du das hier machst ein und dann hier noch einen am Rand und noch am Rand dann rennst du halt dreimal den Weg anstatt du hier ja aber dann laufe ich aber trotzdem über die Felder um die Sachen einzusammeln und das hä hä wer ist denn jetzt geändert Shira Tensei ja ist ja egal du bist jetzt übrigens mitten in der Aufnahme Shira Tensei meinetwegen ja auf jeden Fall äh so hast du aber die Hälfte an Produktion was du normal hast weil du ja jede zweite Reihe ein Wasserfeld machst und das spricht das sind dann zwei vier sechs acht Felder die fehlen für Weed wenn als wenn du jetzt hier das ist jetzt warte mal das ist jetzt die Mitte sag ich mal du kommst hier bis dorthin wo ich den Klotz weghaue von hier kommst du bis dorthin wo ich den Klotz weghaue dann machst du hier Wasser einmal diese Holz Slaps dann gehst du hier hin machst hier nochmal ein Wasser graben dann kommst du auch wieder bis zur Mitte verstehst du? du machst mich fertig jung ich war uns aber ich will ja auch dass es schön aussieht nein wir sind ja klar muss ja auch schön aussehen nein ich rede gerade mit dem Tensei dann soll wir schreiben dir dann so jetzt hat er noch was meine gemacht werde ich ihn nun ein Star? ne wahrscheinlich wirst du kein Star wahrscheinlich wirst du nur ein ein unerwarteter Gast welcher Marcel? was für ein Marcel meinst du? meinst du ach wie heiße denn das nochmal? irgendwie Buttercreme oder so meinst du? Buttermilch, Buttercreme warte wie die waren alle hier habe ich da irgendwas verpasst? und dann da oben erwarteter Gast und wir diskutieren hier wer drauf war und wer nicht warte mal jetzt muss ich wieder gucken weil von Frontow warm ein Kraft DTS down war. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich hier irgendeinem erlaubt habe, auf dem TS einen Ausweichserver daraus zu machen. Wie lange ist denn das her, wenn ich mal fragen darf? Zwei Stunden ist es her. Zwei Stunden. Okay, dann habe ich irgendwas verpasst. Ich habe nämlich eigentlich gar keinem erlaubt, weil hier auch nicht gefragt wurde. Ja, wir hören nicht. Du bist jetzt also übrigens live auf einer Aufnahme. Oh mein Gott, ich gehe lieber. Ach Quatsch. Naja, bevor ich die Aufnahme versau. Ach, saust die Aufnahme nicht. Dann haben wir Gesprächsthemen, von daher. Was ist denn jetzt? Ist auch relativ egal. Ne, das war halt nur vorhin, auf dem Minecraft-Server war der TeamSpeak down und deswegen habe ich nachgefragt, wo seid ihr denn jetzt alle, wenn der TeamSpeak down ist? Und dann meinten die, also haben die mir deren IP von euch gegeben. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Wer ist denn da jetzt irgendwie Master von diesem Server oder was weiß ich? Also Chef im Server ist Solinho, aber der hat damit nichts jetzt zu tun. Ich weiß nicht, ob er Sascha, Marcel, Jan, Carly... Ah, warte mal, ja, ja. Hier, Sascha, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er, hier, Sascha Groove, GrooveX, ne? Keine Ahnung. Ja, nee, eigentlich dürften die hier gar nicht drauf, weil... Ich habe mit den Leuten nur Streit. So, warum musst du jetzt nicht wissen? Okay, jetzt ist er raus. Ja, gut. Jetzt ist doch die Aufnahme versaut, ne? Zu viel Privates erzählt. Naja, macht nichts. Oder, Kumo? Oh mein Gott, ich... Ich kann mich nicht mehr Stauern hinstellen und die Schafe scheren. Kannst du schon mal Sie holen? Und schon mal hier anpflanzen? Mach ich gleich. Also an Wolle leiden wir jetzt nicht mehr. Das ist super. Guck mal, wie lange das dauert, bis die Felder nass werden. Das dauert einen Moment, ja. Das dauert einen Moment. Und so. Aber die werden alle nass. So, ich habe jetzt fünf Stück da. Aber die Dauer, die Dauer, wann die nass werden, das, das fägt mich auf. Das, wenn die Eimer sind, wir bleiben sie in Firma nass. Ja. Und so hast du mehr Platz für eine Produktion der Weed Farm. Ja, ja, okay. Ähm, wir müssten jetzt mal schlafen gehen. Müssten nicht, können wir. Okay, können wir ruhig machen, ist es ja. Hab keinen Bock auf die ganzen Zombie-Gedöns und so. So. Schlaf. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnilein. Und hier sind jetzt nur noch drei paar Felder trocken. Und dann ist es fast, das auch schon so. Zau hin. Mehr Weed haben wir nicht. Gütsam, nein, aber ich habe noch Bungen, da mache ich ganz schnell alles. Ja, das wäre super. Wir können ja auch da hinten die Farm abtragen und die Hirn machen. Mach ich gerade. Ja, das ist gut. Ich komme mit. Boah. Scheinbar bin ich nicht richtig ausgeschlafen. Jawohl. Ich mache schon mal die Stone Slaps ab. So. Gleich. Oke. Ihr dónde. Ich komme mit. Tschüssi.